Das ist jetzt also das Napa Napa. Da haben sie heute eine Palme umgesägt. Aus Angst, die war halt nah am Haus, weil wenn das dann wieder losgeht mit der Regenzeit, dann stürmt das eben wie verrückt. Tja, und das ist hier, das wird man jetzt wahrscheinlich, die Kamera ist ja nicht gut. Da sieht man jetzt ein bisschen diesen Bungalow. Ich weiß nicht, ob das dann erkennbar ist, das Innere von der Bude hier. Ich gehe trotzdem mal rein, ein Versuch ist wert. Das ist so, da kommt dann mein ganzer Krempel hier rein, der jetzt noch vor der Tür steht. Das ist so eine kleine Küche. Ja, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Da hinten im Eck ist der Gasherd. Ich glaube, das ist schlecht von der Beleuchtung, aber egal. Das ist irgend so ein Ding, wo man halt was rein stellen kann. Ja, dann habe ich hier, das ist ein relativ großes Schlafzimmer. Kleines Regal. Da dahinter befindet sich eine Dusche, aber das Wasser muss man aus dem Brunnen holen, sonst geht es nicht. Ja, da hinten kommt, das ist meine Batterie und der Regler. Ja, da draußen ist einmal mein Panel. Ja, so sieht das aus, wenn man durch das vergitterte Fenster schaut. Danke schön.